Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Saints Row The Third Jawoll So, wollen wir gleich mal schauen, was für ein Aufdruck wir haben Murder Brawl Oh yeah Was auch immer das ist Und wir sind ausgestiegen Das wollte ich eigentlich nicht Jetzt werden wir wohl wrestlen Ja Das ist geil Oh, dann dürfen wir hier Ablenkung spielen Aha 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 After his question had lost the killed a year ago, Azel dropped off the face of the earth Wie groß dem Vergleich zu müssen? All this is shaping up to be the best night of your life Okay, Hank Jetzt frage ich mich, was ich zu tun habe Auf der Seite irgendjemand Ja, komm Oh Hey, hey, hey Das ist doch kein Wrestling Ich habe hier Waffen gesehen Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Nee, was ist denn das für eine krasse Schmesse? Kommt her Kommt her Hey, geh da weg Hey, geh da weg Ihnen gegenüber Das ist das für eine krasse Schmerz Das ist der Krasse Schmerz Das ist der Krasse Schmerz Oh 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 Wie krank Also wir müssen ihn besützen mit der Kettensäge Na komm doch her Oh man, wie sie sich auch noch hertrauen, oder? Wahnsinn Das ist wohl echt geil Yeah I'm the best Ich bin der Weiße Ritter Ja 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 Ich bin da Ich bin da Ich bin da Was Wir sollen die jetzt Ich bin doch da Ich bin doch da er wird es wird kill bain wo war ich soll mir das monster hier umbringen das ist es so als wir ein von diesen olex angreifen entertainment das ist ja nicht an es ist auch nicht cool der Götter ist auch immer aber auch der Stuhl-Water-Botscher Karten also vor kurzem sagt dass ich was zu machen die Akreiber der Regen das hat das ich hab doch drückt Aua! Du bist aber ein Arschloch! Ich renn mal rum. Naja... Was? Okay, also normal kann ich ihn... kann ich's vergessen. Was ist so, helle? Dann greifen wir mit der Fakler an. Oh, oder mit dem. Du siehst mit kräftiger aus. Oh ja, diesmal... Was zur Helle, als ich würdest so gut drauf hätten. Na komm. Und? So, helle, was machen wir? Na los! Wir machen den alle! Yeah, Killbang, was sagst du jetzt? Wir haben's ja voll drauf, ey! Wir haben's ja voll drauf! Der Killbang, Steuerung, das können wir jetzt auch schon vergessen. Hey, hey, hey! Verdammt, der kommt wieder rein! Bam, bam, bam! Haha, schon wieder! Ich hab's schon wieder! Der Killbang kann nicht so glücklich sein mit dem, Zack. Oh yeah! Na komm, Killbang ständig ein Sound kleiner. Komm schon, da hin zu! Danke! Uh! Ja, hebt ihn einfach mal hoch! Das ist so. und ins Landskunzen gut trainiert das 10 der Strat was zur Hölle das kann ich sehen dass im Ring drin Hallo? Du bist ein bisschen geschrumpft vielleicht? Der ist ein bisschen geschrumpft, glaube ich. Oder er ist im Boden versunken. Beides ist komisch. Hier mit der Sechspuppe kann ich ihn bearbeiten. Alter, das ist unfair. Ich kann dich so gar nicht angreifen. Alter, was ist das für eine unfaire Taktik? Hallo? Ich kann dich so nicht angreifen. Unfair. Wie soll ich gegen den Kämpfern? Hey, ist ihr Boden versunken. Was? Ja. Kommst du auch mal wieder hoch, oder? Alter, verarsch mich nicht. Warum leckt das auf einmal so? Er ist ja nur im Boden versunken. Egal, wechseln wir mal. Was ist das hier? Na komm! Ich kann keine Bodenangriffe machen. Ich kann keine Bodenangriffe machen. Alter, du willst mich doch verarschen. Warum greife ich so an? Na komm! Ich glaub, das hat keinen Sinn. Kann ich irgendwie aufgeben? Zieh, Schrichter! Er spielt unfair! Er spielt unfair! Er spielt unfair! Na, wer ist jetzt der Größere hier, hä? Alter, jetzt kann ich den nicht angreifen! Warte! Der war noch ein Kick! Komm, ich kick den! Komm schon! Oh Gott! Okay, ich glaub, das hat keinen Sinn. Der spielt so unfair, dass ich nichts machen kann. Ähm, ja. Dann werde ich das wohl neu beginnen müssen. Äh... Ja, muss ich wohl. Ja, dann wird's vom Checkpoint beginnen. Wie lang nehmen wir überhaupt? Ah... Fünf Minuten noch. Ich muss jetzt leider achten auf die Zeit wieder. Hallo! Ein! So, und diesmal machen wir hier alles fair und du versinkst nicht im Ring, okay? Ähm, das ist aber ziemlich weit. Interessant! Egal. Von mir aus schnell ist das in zwei Parts. Ich will das jetzt durchmachen. Na, du kleiner. Diesmal versinkst du nicht wieder im Ring. Na gut, das sah fast so aus. Ja, aber wenigstens kann ich ihn mit dem High verprügeln. Man, ich müsste meinen, der wüsste langsam, was ich mache. Na komm! Darüber brav sein. Ja, was machen wir jetzt? Jawohl! Was war das überhaupt schon wieder? Warum ist der in der Luft gehackt? Wer, der versinkt wieder? Ich glaube, mein Spiel buggt. Der versinkt schon wieder im Boden. Was soll denn das? Ist das so gedacht? So kann ich die Mission-Lotten nie gewinnen? Was ist denn das für eine Scheiße? Tötere Luzodores. Vielleicht ist der... Ich hab keine Ahnung, was das soll. Was soll der Scheiß? Komm aus dem Boden raus! Ich will nicht mehr Geld von Steam zurück, wenn das jetzt so weitergeht. Alter, das ist doch nicht mehr feierlich! Ähm, ja. Oh! Hab ich ihn gar auf den Boden geschlagen? Es ist nur die Leiche da, aber... Ach Gott!